Ja, die Jaina, du kommst ja erstmal wieder in deinen Stall. Deine Rüstung behältst du mal an. Irgendwann müssen wir uns... Der Rüstungsstelle wird keine Pferderüstung aufnehmen, oder? Dann müssen wir uns irgendwie, ich weiß nicht, einen Bilderrahmen machen, wo wir die Pferderüstung dann aufhängen. Und wenn wir sie dann anziehen, also ausreiten wollen, dann ziehen wir sie hier an. Das müssen wir eigentlich auch mit dem Sattel machen. So, jetzt erstmal die Frage, was genau machen wir? Wir haben auch nichts mehr zu essen. Ja gut, wir hatten sowieso, glaube ich, nur noch sechs Stück Hühnchen. Ähm, Rüstungen kommen hier rein. So, da haben wir... Fangen wir mal mit den Eisenrüstungen an. Dann kommen Goldrüstungen. Ach, wir haben ja noch diese Goldrüstung auch noch. Die kommt hierher. So. Okay, Obsidian. Der kommt da rein. Goldbarren haben wir. Netherrack. Netherstein. Der müsste... Wir bräuchten eigentlich eine Nethertruhe. Naja. Ähm. Satteln habe ich, glaube ich, hier, oder? Ja, genau. Die kommen da rein. Feuerzeug werde ich auch hier reinwerfen. Jetzt haben wir... Das haben wir ja gefunden. Ach, ich habe hier noch einen Sattel. Pilze haben wir. Knochen. Lohnruten und Magma-Krim müssen eigentlich auch hier rein. Dann haben wir noch den hier. Der Skelettschädel. Nein, die Schädel. Doch, die haben wir auch hier rein. Die haben wir auch hier rein. Ah, ein netter Quarz kommt hier rein. Die Truhen. Die könnten wir eigentlich irgendwann dann mitnehmen zur Höhle der Elra. Aber jetzt kommen sie erst mal da rein. Netherstein. Ich glaube... Wie ist das hier so unordentlich? Was? Äh... Okay, passt. Ja, den Netherstein, den hauen wir dann mal so hin. Seelensand kommt da rein. Und... Scheiße. Ich brauche eine neue Truhe. Geht das so? Nein, geht natürlich nicht. Ah, das ist auch scheiße. So, einmal weg. Ach komm, wenn ich das wechsle, dann geht's weg. Na toll. Ähm... Ah, hier könnten wir es noch hinhauen. Dann bräuchte ich aber noch ein Schild. Hier. Äh, ähm... Ah, das hier wird die Nether-Truhe. Dann hole ich das ganze Zeug mal wieder zurück. Nether. Äh, was hatte ich denn sonst noch alles? Pflanzen? Nein. Nein, nein. Kohle? Nein. Erze? Kommt das hier? Glow-Song. Ach, Moment mal, den haben wir ja noch. Dann haue ich da den Glow-Songstoff auch rein. Obsidian bleibt hier. Den kriegen wir ja normal auch. Ähm... Kohle, Erze. Rüstungen bleibt hier. Beute. Ist noch... Okay. Da habe ich ihnen nichts gibt. Das hier kommt mit rein. Ja, wo das eigentlich hier schon gut reinpassen würde. Eigentlich nur der Nether-Stein. Passt da nicht dazu. Nur den Nether-Stein. Ja, und den Nether-Barze vielleicht. Wobei, die könnte man noch bei Pflanzen reinhauen. So, Nether-Stein. Vielleicht haben wir den Seelen-Sand auch hier rein. Seelen-Sand und Nether-Stein kommt da rein. So. Habe ich noch eine Karte 4. Das ist die, die wir benutzen. Ja! So, den muss ich jetzt kopieren. Da brauche ich also Blätter. Habe ich noch Blätter? Ja! Was zum Essen brauche ich dann auch noch? Ähm... So. Ach, Moment mal. Ich brauche ja einen Kompass. Ohne Kompass wird das nichts. Habe ich einen? So, nur Kompass! So. Ähm... Ja, und die Werkbank ist auch nicht wirklich schade. Eine leere Karte. Karte Nummer 4. Zweimal. So, das ist doch die Karte, die wir benutzt haben, oder? Ich weiß, wir haben oben irgendwo eine. In der Küche, glaube ich, oder? Nee? Wir haben doch irgendwo... Eine aufgehängt, oder? Oder hatte ich das noch vor? Hatte ich das noch vor? Ich dachte, ich hätte eine aufgehängt. Oben vielleicht? Können wir sowieso mal schlafen. Es ist dunkel. Nö. Hatte ich offensichtlich noch vor und nicht getan. Ah, scheiße. Das ärgert mich jetzt wirklich. Hey, das ist doch gar nichts mehr. Ähm... Ja, dann habe ich einfach mal... ...Wetter und hier eine Karte... ...da zurück. ...Fackeln habe ich auch keinem mehr. Da bräuchte ich Holz. Ja, ich gehe dann eh wieder zur Höhle der Älteren zurück. Jetzt nehme ich das Eichenholz mit. Kann ich die Truhne auch gleich mitnehmen hier. Ähm... Ähm... Kohle brauche ich... Eisen bräuchte ich jetzt. Aber wir haben nichts. Ah, wir haben 52 Eisen jetzt. Das werde ich dann gleich mal in den Ofen schieben. Wieso sind wir Level 1? Keine Ahnung. Stein haben wir? Ähm... So. 52. Das werden 48 plus 4. So, das sind 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann möchte ich hier... Ah. Eine noch? So. Eisen kriege ich gleich wieder was zum Essen brauchen wir. So, das kann dann... Das kommt dann wieder hier her. Was zum Essen? Was hätten wir denn? Wir hätten... Zweimal Ofenkartoffeln fertig. Nehmen wir doch die Ofenkartoffeln. So. Hatten wir eh schon lange nicht mehr, glaube ich. Ach geil. Richtig leckere Ofenkartoffeln. Zweieinhalb stellen die nur noch her. Egal. So. Dann. Bräuchte ich das Eisen? Dafür bräuchte ich Eisen. Eisen, Eisen. Rüstung. Was hätte ich denn? Habe ich irgendwas aus Eisen? Kettenaube? Nein. Ich habe keine Eisenrüstung. Wieso droppen die nie Eisenrüstung? Das heißt, ich muss sie mir machen. Das heißt, der komplette Eisensteck ist dann wieder weg. Also, alles was wieder brennt. So ungefähr. Was brauche ich denn sonst noch? Da kommt mein Eisen hin. Ein angefangener Steck. Erde und Bruchstein. Uh, das ist jetzt dann leider nicht angefangen. Aber... Das ist grobe Erde. Da muss ich dann auch aufpassen. Grobe Erde, dass ich die vielleicht trenne. Die sieht nämlich exakt gleich aus. So. Dann hier. Nein. So. Grobe Erde. Ich darf das nur nicht vergessen. Eigentlich könnte der Seen sein, könnte er auch da. Ja, wohl. Seen, Sand. Aber er ist auch irgendwie Sand und könnte dann halt da rein. Ähm, naja. Er bleibt da. So, Erde. Ein Steckbruchstein. Was habe ich denn sonst noch immer? Das hier habe ich frei. Eine Werkbank. Aber die brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, das war's dann eigentlich. So, bis das fertig ist, gehe ich mal schnell ins Dorf und hole da noch ein bisschen Stein. Den werden wir brauchen. In der Höhle der Elras. Von da vorne. Ah, da könnte ich aber eigentlich auch gleich Bruchstein wieder mitnehmen zum Auffüllen. So, Bruchstein. Nehmen wir mal zwei mit. Denn wir sind ja jetzt schon einige Zeit hier in unserem Haus wieder. In der Nähe. Also wird das vermutlich auch gebrannt haben. Im Ofen. Ich schätze, dass wir da jetzt zwei Stacks oder sowas rauskriegen. Zwei, drei Stacks. Oh, Knochen. Und Pfeile. Mit einem Pfeil können wir uns wehren. Ja. Und wie wird's denn eigentlich hier aussehen? Oh, sieht teilweise echt gut aus. Aber nur teilweise. Wir lassen das mal noch. So. Ja, fast zwei Stacks kriegen wir. Eineinhalb. Ah, ich hab kein Eisen. Ah, okay. Wie hätte ich denn Leder? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das Leder hab ich letztens für die Bücherregal verbraten. Das heißt, wir können der Jenny jetzt noch kein... noch keine Aufhängung für ihre Rüstung und ihren Sattel machen. Das heißt, sie... Das wird noch warten müssen. Sie muss ihn vorübergehend noch so tragen. Ähm... Den Buchstein lasse ich mal noch. Stein kommt da hin. Die Pfeile kommen da hin. Die Knochen kommen hier hin. Äh? Eisen. Wann mal, ich könnte aber auch gleich wieder was hier mitnehmen. Zum Beispiel das rohe Schweinefleisch. Das könnte ich mitnehmen und oben dann gleich reinhauen. Ist es denn schon fertig? Fast. 30 Stück. 31. So, fangen wir mal erstmal mit den Sachen an. Wir brauchen... Zwei, drei. So, wir brauchen eine Spitzhacke und eine Schaufel. Eine Axt. Dann brauchen wir ein Schwert. Was wir noch brauchen, ist eine Schere. Okay, jetzt haben wir genau einen Stock übrig. Toll. Dann bräuchten wir Rüstungen. Erstmal die Brustrüstung. Beinschutz. Und Füße. Ah, halt, Moment mal. Das ist der... Okay. Jetzt haben wir noch einen Eisenbarren. Toll. Aber Moment mal, wir kriegen ja noch was. Geil. Okay, ähm... Da sind fünf. Die nehme ich... Den dann nämlich auch nochmal. Dann gehe ich jetzt mal eben zurück zum Reparieren. Den Bruststein hau ich hier hin. Dann kann... Kommt der Stein da nicht rein. Wenn wir ihn holen. Mal reparieren. Ich hoffe, der Helm... Ja, wir haben nur drei Level. Scheiße. Fängt schon mal mit einem... Pro Ding. Also im besten Fall haben wir den Helm noch nicht repariert. Dann kostet er... Ein... Ein... Erfahrungspunkt. Wir bräuchten noch ein Level. Dann warten wir noch schnell, bis das fertig ist. Habe ich denn sonst noch irgendwas zu tun? Ähm... Also... Eigentlich nichts. Ich schau mal schnell, ob ich Leder habe. Vielleicht habe ich ja noch was. Vielleicht habe ich noch Leder. Das müsste dann da drin sein. Und ich habe nichts mehr. Mist. So, du müsstest aber jetzt fertig sein gleich. Ja, vier noch. Komm, das müsste reichen. Jetzt sind wir Level 4. Mit Level 4... Eventuell können wir dann den Helm reparieren. Wenn wir Glück haben. Eisenbarren hätten wir jedenfalls genug. Hallo, Jaina. Hm. So, dann sehen wir mal nach. Können wir den jetzt reparieren? Vier kosten. Sechs Erfahrungskosten bräuchten wir. Wir haben nur Level 4. Ja? Ach, da kriegen wir ja keine Erfahrung. Mist. Das ist auch blöd. Das sollten sie ändern. Man sollte Erfahrung kriegen, wenn man sie auch aus dem Trichter nimmt. Also, die Erfahrung sollte auch in den Trichter geladen werden. So ungefähr. Boah, das wär's. Dass da Erfahrungsfläschchen drin sind oder irgendwie sowas. Das wär geil. Das wär geil. So. Ah, jetzt wird wieder Nacht. Vielleicht schlafen wir. Warte mal, der Ofen ist fertig. Ah, verdammt. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wisst ihr was? Dann nutzen wir die Nacht mal eben, um ein paar Level zu erreichen. Level 7 brauchen wir, glaube ich. Level 7. Und da vorne, glaube ich, auf der Wiese könnten wir einige gute Monster treffen. Da hinten wäre, glaube ich, schon ein Creeper oder es ist Zuckerrohr. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist Zuckerrohr. Eine Kuh. Hier spawnt nichts. Wieso spawnt hier nichts? Das ist eine Kuh. Ein Skelett. Okay, jetzt sind wir immer noch Level 4. Da vorne ist... Ach du Scheiße, sind das zwei Hexen? Und ein Zombie. Wollen wir ein Skelett? Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Eine Spinne. Ich gucke mir erstmal eine Spinne. Okay, der Zombie hat uns gesehen. Die Hexen noch nicht. Dann töten wir erstmal den Zombie. So, vielleicht mit etwas Glück können wir eine der Hexen locken. Genau. Da kommst du. Okay, was hast du gedroppt? Schwarzpulver, Glossamstaub. Ja, das geht schon. So, dann töten wir jetzt die zweite. Was hat die gedroppt? Gar nichts. Das ist komisch. Ein Level noch. Vor allem wäre ein Zombie. Eigentlich könnten wir ja mal wir auch töten. Egal. Ich will jetzt aber nicht im Wasser kämpfen. Gehen wir mal zurück. Vielleicht sind da jetzt noch irgendwo noch Monster gespawnt. Das ist mir immer schnell was. Da ist zum Beispiel ein Zombie. Einer. Ja, fast Level sieben. Das Skelett da. Aber ich habe keine Lust an Skelett im Wasser zu bekämpfen. Sofern es nichts sein muss. Oder es ist sehr nah an uns dran. Hm. Wir werden doch irgendwo wohl Monster sein. Ah, hier. Wir sind Level sieben. Aua. Der ging ins Auge. Ich habe es genau gesehen. So, jetzt sind wir sogar Level 9. Das reicht eigentlich. Dann könnten wir jetzt schnell ins Dorf gehen. Scheiß auf schlafen. Die. Ja. Ja. Da werde ich. Du.